Und weiter geht es mit einer besonders knackige Folge von Nightingale. Wir sind ja endlich wieder zurück in unserer Welt und werden jetzt erstmal schön ordentlich bauen, craften und so weiter. Also wir haben hier sehr viel Material. Ich habe jetzt alles erstmal einsortiert, soweit es geht. Und ich würde sagen, als allererstes sollte ich aber erstmal kurz mich eine kleine Runde ausruhen, weil ich scheine schon ziemlich erledigt zu sein. Ah, sehr schön. Okay, also. Wir brauchen auf jeden Fall eine Menge Bauholz. Das Ding ist, ich habe alles außer Holz. Ich habe wirklich alles. Wenn wir mal gemeinsam in die Kisten reinschauen. Ich habe Barren, ich habe Steine, Äste, Fasern. Wir könnten ja vielleicht schon mal ein bisschen was produzieren. Leider habe ich hier nur einen kleinen Korb, deswegen ist hier eigentlich alles ziemlich voll. Aber wir können die Produktion einmal noch mal kurz anhauen. Zwirn. Fell. Warum kein, äh... Achso, ich bin falsch. Hier. Later. Was wollte ich machen? So. Herstellen. Und rein mit den Kram, äh... Boom und boom. Haben wir auf jeden Fall sehr viel von. Wir haben auch... Warum sind die hier getrennt immer? Sind alle gewöhnlich? Weiter. Arcana dort. Hana. Und Primitiva. Ist alles so ein Durcheinander. Ich brauche auf jeden Fall überall... Ein paar von den großen Kisten, glaube ich. Soll erst mal Holz hacken gehen. Erst mal Holz hacken. Dann schaue ich nochmal, ob ich irgendwie neuen Kram craften kann. Wenn nicht, dann sollte ich, ähm... Direkt mal als nächstes... Die Rüstung aufwerten. Ungewöhnliche Aufwertung. Also eine scheint anscheinend zu reichen. Wenn ich keine neue Waffe oder Rüstung machen kann, würde ich sagen... Mache ich als allererstes... Neue... Also... Gatsch-Waffen auch. So rum. Das wollte ich eigentlich sagen. Und du klaust mir jetzt hier mein Holz, oder was? Und dann bringst du das wieder rein. Naja. Oder trägst du die ganze Zeit rum. Das kann auch sein. Äh... Warte mal. Das habe ich auch fertig gemacht. Dann wollte ich eigentlich hier Bauholz. Zack. Zack. Nein. Abbrechen. Ich brauche noch ein bisschen mehr. Aber ich glaube... Er hat mir eben mein Kram geklaut. Kann es sein? Und hier. Schwaches Menschensiegel. Sandstein. Keine Ahnung. Also manche... Hier schwebt und so. Fehlt da noch das Logo? Also das Bildchen? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, da fehlt das Bildchen, Leute. Naja. Äh... Fleischbraten. Naja, mache ich später. Habe ich auch gerade drin. Und wo ist eigentlich... Aha. Warte mal. Hast du Holz gesammelt? Ja, zwei. Zwei hast du mir einfach nur geklaut. Aber du hast selber nicht gesammelt. Das ist toll. Das ist sehr schön. Ein bisschen würde ich hier noch ganz gerne reinhauen. Damit wir einmal alles fertig gecropft haben. Schauen, was wir so Neues machen können. Neue Rezepte. Dies und das. Und habt ihr nicht gesehen. Ob der fällt mir nicht auf den Kopf. Ne. Manchmal ist Baumfällen ganz seltsam. Ganz komische Geschichte manchmal. Aber gut. Die machen irgendwie gar nichts, ne? Irgendwie... ...macht sie nichts. Warum auch immer. Naja, dann muss ich halt alles selber machen. Na du? Äh, ich nehme mal hier ein bisschen die alten Dinger hier. Die kriegen wir manchmal relativ schnell kaputt. Aber die geben nicht immer gut Holz. Ja, zu wenig Ausdauer. Wer hätte es gedacht? So. Zwei oder ne? Wir machen jetzt noch drei Bäume. Ich würde sagen, dann sollte es genug sein. Immer Angst, dass sie mir auf den Kopf hält. Mache ich gar nichts, ne? Eigentlich sammelt sie doch. Naja. Jetzt habe ich ja die ganze Zeit Aussauer auf der, ich wollte schon sagen. Oder gut Holz gegeben. So, da hinten haben wir noch. Das ist irgendwie... ...in den Boden gebackt. Warum auch immer. So, jetzt bitte nicht klauen. Danke. Das sollte auch erstmal reichen. Dann können wir ja eine Menge Bauholz machen. Es wird doch langsam dunkel, ne? Oh ja, die Sterne. Oh ja. Äh, Bauholz... Ne, wir brauchen erstmal nur Bauholz, glaube ich. So. Also. Ähm... Hier brauchen wir noch Glas. Die verbesserte Fasern. Hier aber. Zack. Zack. Fehlt noch eins. Okay, und da kann ich dann einfach meine Kleidung dranhängen, oder wie? Aber wie? Oh, äh. Das wollte ich eigentlich nicht machen, aber gut. Läuft bei mir. Habe ich noch irgendwie irgendwas, was ich einschmelzen kann eventuell? Ich habe ein bisschen... Ja, ne. Ne. Hm. Warte, was war das hier? Verbesserte Faser. Und hier brauche ich auch nochmal Papier, Holz und Zwirn. Das kannst du doch gleich mal nehmen. Verbesserte Faser. So, reinhauen. Was war das gerade für ein rotes Leuchten? Irgendwie Besuch, oder was du das? Oder irgendwie seltsam. Gemeißelter Stein. Hm. Und hier so ein Trinkhorn. Muss das lieber nach draußen? Ich habe keine Ahnung. I have no idea. Wässerte Faser. Machen wir nochmal. Also, neue Rüstung haben wir auf jeden Fall schon mal nicht. Was war das nochmal? Ein Bauholz. Warte mal, dieser Stein. Meißelter Stein. Ja, warte mal. Was blöd ist, wir können halt nicht so splitten halt, ne? Oh, Kugel, Meißelter Stein, Steinpulver. Nein, da machen wir mal. Nein, da machen wir mal. Ja, komm, machen wir. 16 erst mal. Das sollte genügen. Äh, hier ist fertig, oder? Ne, immer noch nicht. Jetzt haben wir gleich, jetzt haben wir Nacht. Ich wollte sagen, wir haben gleich Nacht. Wir sind ja schon mitten in der Nacht. Äh, warte mal, gib mal. Wir haben hier trotzdem hier wieder Kram irgendwie mitgenommen, ne? Und hier muss ich am besten auch irgendwie bessere Ausrüstung machen. So, und dann kann ich hier... Ich dachte, das ist eine Übungspuppe, die geht ja kaputt. Na, super. Läuft. Dann haben wir draußen noch eine Werkbank, die muss eigentlich auch mal nach drinnen. Kann ich überhaupt irgendwas Besonderes noch machen? Oh, die Picke und sowas, ne? Hm. Okay, ich glaube, irgendwie neue Rüstung oder so kriege ich jetzt nicht unbedingt. Infusion. Börse und so ein Kram. Einfach Sägeblock. Ich dachte, ich kriege dann irgendwie neuen Kram. Aber eigentlich, wenn man jetzt guckt, Einfache Sägetisch. Erweiterungen. Oder muss das näher dran stehen? Warte mal. Hab ich das vielleicht zu weit entfernt? Was, wenn ich das einfach mal hier hin haue? Hört das alles hier zu? Oh, das ist alles so viel. Zauber. Ui. Das Ding ist, hier sind doch keine Bildchen, ne? Was ist das Ding? Keine Bilder. An manchen ja, aber irgendwie... Ich weiß nicht. Also, das war eine Erweiterung und das hier ist auch eine Erweiterung oder was? Äh, testen wir nochmal. Ups. Nö, oder? Egal, komm, ein Glas. Machen wir es mal hier fertig. Ein Glas. Schließ den Weg. Hallo. Hä? Ach, ich ne die Wasserflasche raus. Klassiker. Äh, Glas. Warte, hab ich es rausgenommen? Ja. So. Alles klar. Glas kommt wieder rein. Wunderbar. Äh, genau. Steine. Zack. Auch einmal fertig machen. Ist das jetzt eher Deko, oder? Ich hab keine Ahnung. Ich dachte, das hilft uns noch irgendwie weiter oder so. Aber anscheinend nicht. Ein Papier noch. Na gut. Ähm. Ich hab hier noch Leder. So. Rein mit den Zeugs. Ein Papier. Ähm. Er wirkt schon noch mein Papier. Ah, hier. Aber die könnte man einzeln nehmen. Weiß es nicht. Ich geh mal kurz aus dem Baumenü raus. Keine Ahnung. Ich kann es euch nicht erklären, Leute. Ich weiß es selber nicht. Einfache Karte. Ich glaub, das ist echt nur Deko-Zeugs, ne? Da hab ich ja genau die richtigen Sachen geholt. Aber gut. Ich hab eh alles geholt. Dann haben wir eigentlich keine andere Wahl, außer, ähm, abzugraden, ne? Na dann. So, wir direkt alles pimpen. Warte, ich würd auf jeden Fall sagen. Axt. Ja, ich glaub, alles ein bisschen übertrieben, ne? Äh, machen wir mal. Und sie bekommt dann irgendwie Stufe 20 Rüstung oder so. Ich weiß nicht. Also, Material müsste ich auf jeden Fall genug da haben. Äh, ich hol mal ganz kurz die Werkbank noch rein. Äh, ups, falsche Taste wieder. So. Hier wird's nur langsam in der Hütte ziemlich eng. Aha. Kann das sein, dass es... Ist aber nix Neues, ne? Na gut, machen wir hier gleich auch so ne Picke. Das ist doch die 20er Dinger, ne? Warte, Murmeln. Ja, Murmeln. Ich weiß nicht, reichen, meine? Könnt ihr ja sonst auch paar wieder in der anderen Welt machen, ne? Das wär auch kein Problem. So. Infusion herstellen. Also. Äh, ich wollt mir die kurz... Die Waffe nochmal anschauen. Die ist jetzt grün. 40. Aha. Dann machen wir es selber auch nochmal für die Picke. Also allgemein für unsere Waffen, würde ich sagen. Gut, dass ich so viel gesammelt hab. Und du bekommst mal... Das ist doch die richtige, ne? Einfache Holzachst. Wenn ich jetzt hier auf den Namen gehe. Einfache Holzachst. Okay. Riemen. Hab ich Riemen da? Ja. Na dann. Äh... Holzachst. Zack. Wenigst bessere Waffen für die. Äh. Achso, ist doch grün. Ich wollt schon sagen. Gut. Dann würd ich sagen, die Sichel graden wir auch ab. Sehr schön. Und du bekommst noch die Picke. Würde ich sagen. So grüßigig bin ich noch. Haben wir die genommen? Wo ist die? Wo ist die wieder hin? Ich seh ihren Namen. Ach da. Ich seh auf einmal ihren Namen nicht. So, warte, 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 warte. Äh, wo hab ich denn Zeugs denn? Hä, warte mal. Picke? Ah, hier. Ich wollt schon... Jetzt hab ich das hier unten drin. Ah, wo ist meine Sichel? Äh... Ich hatte doch noch eine Sichel gehabt. Hab ich hier irgendwo reingehauen? Boah, hast du sie geklaut. So, der Kram kommt erstmal rüber. So, dann rüste die mal aus. Schon besser. Ach so, ja, 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 die war hier drin. Klassiker. Äh, den Rucksack. Kann ich da mehr tragen? Tarnwertung, Massimalgewicht, ja, wird erhöht. Warte, wie viel ist das vorher, wenn ich das jetzt weghaue? Äh, Tarnung, Robustheit, Maximalgewicht 50. Oh, das ist gut. Ja, damit. Sehr schön. Das lohnt sich doch. Okay, ich bin überladen. Da hab ich ein bisschen übertrieben. Aber gut, so ist nochmal das Leben. Und was ist eigentlich jetzt hier? Bratenspieß. Hab ich irgendwas vercheckt oder kann ich die Sachen einfach nicht... Ist das nur Teko? Ich hab keine Ahnung gerade, Leute. Ich bin hart verwirrt. Äh, nein. Die machen wir gleich platt. So, rein damit, rein damit, rein damit. Sehr schön. Dann haben wir das schon mal beiseite. Die kommen hier rein. Das Teil wird extrahiert. Hä? Ich hab grad Schaden bekommen. Keine Ahnung. Ja, Fackeln müssen wir jetzt nicht unbedingt pimpen, würde ich sagen. Gleich noch das Messer und die Armbrust. Erstmal. Das sind zwei Sachen, die sollte man vermachen. So Infusion. Hier? Schick mal, ja. Wir werden sehen. Wir lassen uns einfach mal überraschen. So. Okay. Ist die richtige. Sehr schön. Okay, äh, hab ich gesagt, machen wir auch noch. Aber ein bisschen würde ich ganz gerne sparen. Oder sollen wir noch einen Rüstungsteil? Ich weiß nicht. Mehr aushalten wäre auch nicht schlecht, ne? Qual der Wahl, aber... Hm. Also die Armbrust auf jeden Fall noch. Wir warten noch kurz. Das machen wir noch. Und was mit der Infusion? Äh, wo haben wir die denn? Ablegen, anwenden. Bestreng die Ausrüstung mit deiner Infusion, die der Ausdauer... Da, da, da. Aha, anwenden. Okay. Synchroal Lotus. Äh, ich würde jetzt mal sagen, wir haben ja hier auch noch... So ein paar Dinge. Wo ansehe ich, wo das reinkommen kann. Ich nehme jetzt einfach mal mehrere raus. Um zu sehen, wo ich die reinknallen kann, jeweils. Also, Ausdauer. Anwenden. Okay, manche, ich weiß jetzt nicht, steht das irgendwo? Warte mal, die könnte ich jetzt benutzen. Block. Wahrscheinlich für Waffe. Oder für eine Achse oder so. Komm, machen wir... Nee, warte mal. Wir schauen uns erst mal das hier im Bewegungstempo. Können wir nicht. Was ist das hier für ein Ding? Block. Widerstand gegen schwarze Magie. Was ist das hier? Kraft. Oh, das klingt gut. Drauf damit. Dann war noch was mit Block. Wo war das mit Blocken? Hier. Dann wasch die Blauen erst mal auf. Ach, geht das auch? Ah, nee, wir können einfach austauschen. So. Und... Wieder rein mit dem Kram. Alles klar. So weit, so gut. Eine Sache verbessere ich noch. Ich würde sagen... Umhang. Komm. Was soll's? Ich gönne einmal. Also wir können auf jeden Fall mehr tragen. Haben wir auch mehr Plätze? Ich glaube ja, ne? Ich glaube ein paar Plätze. Okay. Ach so, ist aus, klar. Ich war gerade ein bisschen verwundert. Also, hast du noch irgendwas für mich gesammelt? Nö. Aber was ist, wenn die einen größten Rucksack kriegt? Hat sie denn auch mehr Plätze? Warte mal. Das muss ich mir ja doch mal anschauen. Äh... Tragesack. Ich brauche Pflanzenfasern und zweimal Leder. Äh... Ne, Pflanzenfasern waren hier drin. Das muss ich doch jetzt mal einmal abchecken. Eigentlich könnte ich hier mit Leder und Pflanzenfasern... Warte mal. Komm. Kriege aber eine komplett bessere Rüstung noch. Was soll's? Ach, ich bin falsch. Ich habe hier Leder da. Wenn schon, denn schon. Ob das viel bei ihr bringt? Keine Ahnung. Hose. Handschuhe. Hemd. Ich verdrück mich irgendwie immer. Kopftuch machen wir jetzt nicht. Wir machen noch die Stiefel und... Dann reicht es auch. Dann hat die junge Lady genug, würde ich sagen. Leder können wir da rein. Besserte Faser. Können wir noch mal ein paar machen. Habe ich es genommen? So, wo ist sie denn jetzt? Da. Also, was ist, wenn ich jetzt die Tasche dir abnehme? Und dir diesen Rucksack gebe? Nein. Nicht für mich. Ach, was habe ich getan? So. Erstmal rüber. Ach, was mache ich denn da? Ausrüsten. Aber mehr Platz hat sie nicht, ne? Sie steigt noch vom Level. Warte mal. Wie kann sie dasselbe Level wie ich haben? Ach so. Weil ich keine Waffe ausgerüstet habe. Ich wollte schon sagen... 33? Skaliert die mit mir zusammen? Muss ich... Ich verdrücke mich andauernd, Leute. Ich weiß nicht, warum. Übertragen. 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 So. Ausrüsten. Keine Ahnung, ob es hilft. Ich glaube nicht, ne? Warte mal. Ach, Hose. 31. Warte mal. Das sieht irgendwie schicker aus. Komm, wir lassen ihr ein bisschen... ... ... Stil. Ihre Stiefel. Ja, die können weg. Die Handschuhe. Der Hut kann bleiben. Übertragen. 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 Gut. Dann war das leider... ... ... Ich glaube, ich sollte mir noch... ... ganz schleunig... ... am Feuer noch mal... ... irgendwie so ein bisschen... ... Heilkram machen, ne? Äh... Healing Soft. Pasern und Knochen. Davon habe ich auch mehr als genug. Und... ... Fleischbraten. Zack. Pasern. Ich habe schon mal Knochen hier, ne? Oh ja. Knallen wir uns erstmal richtig viel von rein. Machen wir alle. Vielleicht nicht unbedingt alle. Machen wir mal so... ... 27. Das sollte mehr als genug sein. Äh... ... so, also. Bapapapapam. Irgendwas wollte ich machen. Ich habe irgendwie gerade einen Denkfehler. Mitten eine Runde schlafen gehen erstmal. Muss ich so oder so. So. Wunderschön. Ein neuer frischer Tag. Sachen zum Einlagern. Die Phasen und die Knochen können erstmal wieder weg. Da muss ich gleich nochmal Fleisch braten. Und dann würde ich sagen, sind wir eigentlich... Jetzt packe ich das Fleisch weg. Sind wir auch wieder ready. Und wir müssen... ... Synchroner Lotus nehmen. Warte mal. Ist das nicht einer von diesen Teilen? Warte mal. Aha. Das sind Fährelekte, die die Energie der Welten wieder... Aha. Alles klar. Davor habe ich schon einige. Aber wie kann ich splitten? Ich will nicht alle auf einmal... ... mitnehmen. Weiß das jemand? Nee, so geht es nicht. So auch nicht. Behälter bewegen. Aha. Okay. Mit Aurelio. Oh nein. Ich muss... Ich muss wieder... Wollen die mich verarschen? Hä? Ist er hier? Nee. Hä? Ich muss wieder zu Aurelio? Mit welchen Karten nochmal? Ja, das heißt, ich hätte das alles lieber an der Welt machen sollen, da drüben, ne? Ja, super. Ich glaube... Scotty, wir haben ein Problem. Ähm... Karten. Was haben wir denn hier überhaupt? Infusionen. Regeneration. Nein. Ich glaube, ich muss so Karten hier ein paar machen, ne? Tinte. Habe ich denn auch Tinte? Äh... Es sieht nicht danach aus. Warte mal, Papier. Wann habe ich das denn hier reingehauen? Ich miete Pilze. Okay. Also, jetzt war die Frage nochmal. Das war auf jeden Fall Wald, oder? Schwebekarte? Nein. Sumpfkarte. Siedler. Ich glaube hier Waldkarte, war das? Muss ich die nochmal machen, oder habe ich die jetzt... Unendlich? Ne, ne? Das war auf jeden Fall die. Und antiquarische Karte. Die hier. Falls wir es doch brauchen, haben wir es. Man weiß ja nie. Gut. Ne, das hauen wir mal hier rein. Zack. Und... Wo ist der Kram? Hier. So, dann ganz kurz Fleisch beraten. Brauchen wir unbedingt. Ich habe genug Feuer drin. Ich hoffe es. Oh, das dauert aber lange. Oh, das deckt sich. Sehr gut. Warum bin ich so gebückt? Warum bin ich aber immer so gebückt? Das Teil habe ich aber mitgenommen. Level 20 ist das jetzt alles klar. Ich glaube, wir sind auf jeden Fall ein bisschen krasser am Start. Wir brauchen auf jeden Fall bald eine bessere Bude. Warte mal. Hä? Ach, nein. Ach, Quatsch. Genau. Jetzt habe ich die bessere an. Macht es für dich Sinn, wenn du auch so ein Ding trägst? Oder nimm das jetzt nur einen Platz weg? Wahrscheinlich nur einen Platz weg, ne? Hm. Na gut, keine Ahnung. Ich hoffe, ich weiß nicht. Können wir dich auch einfach nackig laufen lassen? Das wäre vielleicht sogar am besten. Vielleicht nehmen wir jetzt noch mit und dann müssen wir wieder zu Aurelio. Sehr toll. Das ist ein bisschen wenig Fleisch, ne? Das ist ein bisschen sehr wenig. Hm. Warte mal. Was ist das da oben? Das war aber keine Fee, oder? Naja. Genau, wir können uns hier auch so ein Portal bauen. Soll ich auch mal ganz kurz schauen? Aber wir brauchen dafür Barren, Bauholz, Draht und Synchroner-Lotus. Warte mal. Was ist das, wenn wir das Ding einfach erstmal hier hinbauen? Bauholz, sieben Barren. Ist das egal, was wir Barren, oder? Warte mal, wir holen doch mal Zinn. Wir müssen halt auch mal eine Zeit lang hier bei der Base sein. Holen wir mal einen Haufen Zinn. Bauen das Portal. Aber ich muss erst mit Aurelio sprechen. Aber gut, ich habe ja eh noch mehrere von den Dingern. Ich denke, das sollte kein Problem sein. Ja, das Ding ist hier immer ein Ultra-Ausdauer-Problem, ne? Ich hoffe, wir kriegen irgendwann mal ein bisschen besser Ausdauer. Naja. We will see, we will see. So, den Barren nehmen wir auch noch mit. Dann würde ich sagen, passt erstmal. Was hackt sie da? Quarz. Lass mal in Zinn in Ruhe. Kannst du nicht woanders hacken gehen? Die Wildgesellschaft. Boah, das ist aber ein dicker Bocken. Na, endlich. Machen wir noch den kleinen hier. Und dann sollte es erstmal reichen. Was Zinn angeht. Schon stabil, so ein Brocken, ne? Aber hey, ich habe schon 23 Zinn. Ernst. Jetzt können wir ein paar Barren machen. Ich würde sagen, wir laufen aber zurück. Teleportieren uns nicht, weil ich noch irgendwie ein paar Äste uns sammeln möchte. Da hinten liegt auch irgendwas. Na gut, äh. War hier dann doch nicht so eine gute Idee. Einen Augenblick mal. Hätte ich mal meine Waffe jetzt getestet, ne? Oder warte mal. Wie viel kriegen wir hier von raus? Wenn ich jetzt hier mit, zack, drei. Ist aber nicht besser geworden, ne? Wir können nur krasseren Kram damit abbauen. Also höherstufigeren. Ich hätte schon ganz gerne das Portal heute gebaut eigentlich. So. Das reicht. Auf wem ist nichts direkt da? Obwohl doch. Den Lotus, sehr klar. Natürlich. Äh. Bauholz. Wie waren das denn jetzt? Zwölf? Irgendwie ver... Hä? Ja, das ist ja genau umgekehrt. Ach, egal. Was soll's? Das waren zehn. Sieben Barren. Sieben saftige Barren. Na dann. Barren. Zack. Bam. Boom. Bam. Aha, aha, aha. Stab. Soll ich mal so'n Ding machen? Kann nicht schaden. Ne, da wollte ich nix machen. Äh. Da, 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 da. Mörserstation. Müssen wir eigentlich da mal was machen? Samen. Oh. Vielleicht wäre das nicht schlecht. Vielleicht wäre das mal nicht verkehrt. Also. Barren. Was haben wir denn hier noch für Barren drin? Also die würde ich auf jeden Fall nicht benutzen. Auch nicht. Auch nicht. auch nicht. Auch nicht. Zinnbarren. Perfekt. Was ist das? Draht. Aber Draht habe ich noch gar nicht. Ich glaube, Draht kann ich auch noch gar nicht machen. Schauen wir das Rezept eventuell von Aurelio. Wahrscheinlich ja. Okay, ich würde sagen, das war's erstmal mit dieser Folge, Leute. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, bewerten und vor allem auch das Kommentieren nicht vergessen. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao.